Die nachfolgende Sendung ist für Zuschauer nicht geeignet. Du, äh, was machst du da mit diesem Sword Kill? Ach, super, danke, dann habe ich auch gleich den Titel für den Film. Ja, so einfach kann es doch manchmal gehen. So einfach kann es auch bei mir gehen, um Anfangs-Gags zu haben. Aber ganz im Ernst, Sword Kill ist tatsächlich ein recht unbekannter Film, der zwar hierzulande auch einige DVD-Auflagen spendiert bekommen hat, aber international unter dem Titel Ghost Warrior bereits nur in Amerika in High Definition ausgewertet wurde. Jetzt gibt es hier eine österreichische DVD-Premiere von NSM, natürlich in verschiedenen Cover-Versionen. Und NSM hat hier auf Facebook übrigens interessanterweise einen Bildvergleich gepostet, zwischen dem alten HD-Master und ihrem HD-Master. Und auch wenn das natürlich sehr schwer ist, das alleine aufgrund von Facebook-Bildern zu beurteilen, aber es macht tatsächlich den Eindruck, als wären die Texte im NSM-Master wirklich deutlich schöner. Auch die Farben machen ein bisschen einen kräftigeren Eindruck. Es ist natürlich sehr schwer zu erkennen, ob das ein oder andere jetzt tatsächlich auch auf ein bisschen DNR zurückzuführen ist, aber grundsätzlich macht das Bild einen sehr guten Eindruck, was jetzt eben tatsächlich auch für mich als jemand, der bereits eine alte DVD-Auflage von diesem Film in seiner Sammlung hat, mir noch einmal ein Mediabook zu gönnen. Und in diesem Fall habe ich mich für das alte deutsche VHS-Cover von Sword Kill entschieden. Der Film kam ja damals von Vestron Video, tatsächlich sogar in der ungeschnittenen Fassung auf den Markt und wurde hier mit diesem Cover präsentiert, das mir persönlich recht gut gefallen hat. Hier ist zwar die Tagline 400 Jahre eingefroren, jetzt bringt ihr den Tod. Das ist irgendwie nicht das, was sich Walt Disney für seine Zukunft vorgestellt hat, oder? Aber wir haben denselben Titelschriftzug, wir haben natürlich auch hier so dieses Augendesign, wo er ganz offensichtlich von dem kleinsten Helikopter-Lichtsuchstrahl aller Zeiten angeleuchtet wird. Aber ich glaube, es ist ihm eh wurscht, weil er hat drei Hände. Also was kann ihm eigentlich Besseres passieren? Nein, das ist mehr oder weniger nicht die Darstellung der Zahl seiner Hände, sondern einfach soll verkörpern, wie schnell er diese bewegen kann. Ähnlich wahrscheinlich so, wie es bei diesem Cover von Blinde Wut mit Rutger Hauer der Fall ist. Aber dann haben wir hier unten noch ein paar andere gezeichnete Motive zu dem Film. Man muss dazu sagen, wenn man hier wirklich in den absoluten Detailbereich schaut, man finde, ich merke das in erster Linie hier wirklich bei dem Lichtstrahl, beziehungsweise bei der Skyline im Hintergrund, wirkt das Bild schon etwas grob, hätte natürlich noch etwas mehr knackige Schärfe vertragen können. Ich meine, die Frage ist, wie viel hier eigentlich auf der gezeichneten Vorlage überhaupt drauf war. Aber natürlich hier bei den Fingern sieht man es schon auch ganz deutlich, dass hier ein bisschen ein groberes Bild vorliegt. Hier gibt es auch ein paar kleinere, verwaschenere Dinge. Aber es ist jetzt wirklich nichts, worüber man sich aufregen muss. Es ist halt aber auch jetzt nicht unbedingt eine Druckqualität, wo man sagt, ja passt, machst mal, null Poster davon, bitte, danke. Okay, aber wir schauen dann einmal auf den Spine. Bei dem hat sich NSM diesmal, finde ich, wirklich wieder wahnsinnig viel Mühe gegeben, denn da haben wir tatsächlich eben die Fortsetzung vom Frontcover-Artwork. Sowas ist immer etwas, mit dem man mich leicht begeistern kann. Außerdem natürlich auch mit so etwas auf dem Backcover. Das schaut ja mehr oder weniger aus wie eine japanische Ninja-Version von der Nussknacker, oder? Das ist absolut genial. Außerdem dann natürlich hier die Inhaltsangabe zum Film. Wir bekommen noch ein paar Bilder, Cast-and-Crew-Angaben, technische Details und dann natürlich die individuelle Limitierungsnummer von den 333 Stück im Fall von diesem Mediabook. Können dann einmal einen Blick nach innen werfen. Da haben wir hier auf der linken Seite eben dasselbe Cover-Artwork, das ich auch außen habe, auf der Blu-ray und auf der rechten Seite auf der DVD. Gibt es ein alternatives Cover-Artwork, das ebenfalls gezeichnet aussieht? Eigentlich ebenfalls nicht schlecht, aber mir halt eben nicht so gut gefallen hat wie das. Man merkt also, irgendwann einmal ist es dann, bitteschön, genug davon. Übrigens, danke NSM übrigens, nachdem ich vorher gemeint habe, naja, das Bild wirkt schon ein bisschen grob auf dem Frontcover, war es jetzt vielleicht nicht unbedingt die beste Idee, das Ganze im Innendesign noch einmal groß ranzusummen, weil jetzt sieht man es natürlich an den Kanten, vor allem eben an den nicht vorhandenen Details in seinem Gesicht, relativ deutlich, dass hier ein nicht unbedingt grandioses Material vorgelegen ist. Eigentlich sieht so diese Black-and-Green-Version gar nicht mal so schlecht aus, aber es ist halt langsam aber sicher dann doch ein bisschen genug, wenn man das Bild jetzt schon zum vierten Mal insgesamt sieht in dieser Veröffentlichung. Dafür haben wir halt dann eben hier auch noch die Fortsetzung von dem Motiv und ja, hier bei den Schwertern, beziehungsweise im Hintergrund bei der Stadt, jetzt kommt man da wirklich nicht mehr dran vorbei. Das war natürlich eine wirklich ganz tolle Idee von NSM. Muss man wirklich sagen, diese Idee, grafisch wirklich mit Anlauf gegen die Wand zu laufen, das hat sich, glaube ich, bis jetzt noch kein Label getraut, weil ich glaube, jeder andere, der irgendwo ein Cover-Artwork nimmt und sagt, okay, ja, ich glaube, das kann man gerade noch verwenden, würde jetzt vielleicht nicht unbedingt auf die tolle Idee kommen, dieses Bild dann viermal zu verwenden und auch noch als komplettes Innendesign ranzusummen. Ole, ole, aber man merkt halt, ja, na gut, also so wahnsinnig viel Designs haben sie ja wohl oder übel nicht gehabt. Da will ich dann einmal die Kamera drauf scharf stellen. Ich nenne es den radioaktiven Kaffee-Fleck, den wir da mehr oder weniger dann auf der Rückseite vom Booklet haben. Ja, da hat man sich dann tatsächlich doch wieder nicht unbedingt mit wahnsinnig viel rumbekleckert, wobei das vielleicht schubt, ich weiß es nicht. Aber wir finden dann eben im Inneren wieder ein paar Bilder aus dem Film. Hier eben zum Beispiel recht cool eigentlich das Cover-Artwork, was wir dann auf der DVD gesehen haben, dass das eigentlich von der Soundtrack-CD ist, das finde ich eigentlich ganz nice. Außerdem gefällt mir hier im Inneren ein bisschen die Auswahl von den Bildern. Das Ganze hat auch eine recht ansprechende Druckqualität, muss man dazu sagen. Der Text wirkt halt relativ 0815-mäßig, aber das ist halt eben bei den Mediabooklets von NSM immer so. Allein wegen der Szene muss man den Film, glaube ich, nur einmal schauen. Sieht tatsächlich nicht schlecht aus. Diesmal von Lars Dreyer-Winkelmann geschrieben. Das Booklet ist, wie gesagt, ein okayes Mediabook, aber wie gesagt, also wenn man... Warum hat man dieses Bild viermal verwenden und noch dazu vergrößern müssen? Das geht mir tatsächlich echt nicht ein. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.